In einem Reisebus sind 44 Plätze. Wie viele Busse sind mindestens nötig, um 477 Passagiere zu befördern? In 10 Bussen passen 44 mal 10 Personen hinein, das heißt 440 Personen. Von 440 bis 477 fehlen noch 37 Personen. Und um diese 37 Personen zu befördern, brauchen wir einen zusätzlichen Bus. Somit haben wir insgesamt 440 plus 37, das heißt 477 Personen, befördert. Und dazu brauchen wir 10 plus 1, also 11 Busse. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 11.